Funktionsteam und Medienteam durften auch mit essen. Vielen Dank nochmal dafür. Sie waren besonders aktiv. Das war ein gesunder Foodtruck. Nein, gehört auch mal dazu, dass Sie, sag ich mal, Burger bekommen oder gewisse Dinge, die jetzt nicht so gut sind. Ich glaube, das kann man sich dann an einem Tag auch leisten. Es ist einfach von mir ein Dank an Sie gewesen für Ihr Engagement, für Ihren Willen, den Sie tagtäglich zeigen, weil ich glaube, dass es nicht immer ganz so einfach ist, unter mir Spieler zu sein, weil ich extrem fordernd bin und extrem Dinge oder viele Dinge auch abverlange. Und ich finde, dass das Leben auch einfach ein Geben und Nehmen ist. Funktionsteam und Medienteam durften auch mit essen. Vielen Dank nochmal dafür. Die waren besonders aktiv. Bemerkenswert früh am Start.